Heute ist der internationale Tag gegen Rassismus und heuer wäre es das fünfte Mal nach 2016, 17, 18 und 19, dass wir gemeinsam miteinander gegen Rassismus und für eine solidarische Gesellschaft und Welt auf die Straße gegangen wären. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie ist das heuer nicht möglich. Wir müssen unsere physischen Kontakte einschränken, um einander zu schützen. Aber es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie wir trotzdem miteinander im Austausch sein können, im Gespräch bleiben können, in Aktion sein können und auch solidarisch sein können. Wir sprechen viel dieser Tage über Solidarität und viel darüber, Menschenleben zu schützen. Wir wissen, dass unser Handeln sich auf unsere Mitmenschen auswirkt. Wir wissen, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass Solidarität schützen kann und dass wir aufeinander schauen können. Seit Monaten überleben Menschen in den Flüchtlingscamps auf Lesbos unter den widrigsten Bedingungen. Seit Monaten machen NGOs darauf aufmerksam und seit Monaten fordern wir immer wieder, dass diese unmenschlichen Camps aufgelöst und die dort lebenden Geflüchteten innerhalb der EU aufgenommen werden. Wir leben derzeit unter sehr herausfordernden Bedingungen. Für die Geflüchteten in den griechischen Lagern verschärft sich diese Situation um ein Vielfaches. Freiwillige Helferinnen und Helfer und internationale Organisationen kommen aufgrund der Reisebeschränkungen nicht mehr vor Ort. Einen Ausbruch von Covid-19 in den Lagern möchte sich niemand vorstellen. Bevor es dazu kommt, müssen die Lager evakuiert werden. Vergessen wir nicht aufeinander. Schauen wir aufeinander. Auf unsere Familien, unsere Freundeskreise, unsere Nachbarschaft, unsere Grätzl. Aber vergessen wir auch nicht auf die Schutzsuchenden in den Lagern. Es ist Zeit, dass wir gemeinsam eine andere Welt schaffen und es ist Zeit für einen gemeinsamen Solidaritätspakt. Danke an alle, die in den letzten Tagen über sich hinaus wachsen, die Übermenschliches leisten. Was uns gemeinsam antreibt, das ist die Sorge um unsere Mitmenschen und die Sorge um unsere Menschlichkeit und um unsere Menschenrechte. Und deswegen werde ich, werden wir gemeinsam mit euch dranbleiben, laut bleiben und solidarisch bleiben. Leave no one behind. Danke.